Top Nachrichten. Bundesregierung hat am 14. September 2022 das neue Bürgergeld beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rentenberater und Rechtsanwalt von Rentenbescheid24.de. Am 14.09.2022 hat die Bundesregierung in der Koalitionsrunde, die immer mittwochs stattfindet, den Referentenentwurf zum neuen Bürgergeld, welches es ja ab 2023 geben soll, vom Hubertus Heil beschlossen und als Regierungsentwurf, als Gesetzesentwurf sozusagen auf den Weg gebracht. Damit ist klar, dass ab dem 01.01.2023 Millionen Transferleistungsbezieher aus dem Bereich Hartz IV und aus der Grundsicherung und damit auch viele Rentner, das ist für die Leute sehr wichtig, höhere Regelsätze kommen werden. In der Regelbedarfsstufe 1 wird das Bürgergeld von aktuell 449 Euro ab dem 01.01.2023 auf 502 Euro steigen. Gleichzeitig ändert sich auch die Berechnung oder die Errechnung für das künftige Bürgergeld. Das heißt also, in der Berechnung der zukünftigen neuen Regelbedarfssätze sind unter anderem auch Komponenten drin, die Inflationsausgleich für die Zukunft zulassen. Das ist eine gute Nachricht. Des Weiteren wird im neuen Bürgergeldgesetz auch entsprechende Regelungen zur Abmilderung oder Aussetzung von Sanktionen beschlossen sein und auch die Vermögensanrechnung wird sich ab 2023 deutlich ändern. Ich sage eine gute Regelung für alle diejenigen, die von Transferleistungen im Bereich Hartz IV oder im Bereich der Grundsicherung betroffen sind. Viele Menschen können sich auf einen höheren Regelbedarf freuen. Ich sage das ganz vorsichtig mit dem Freuen, weil wir ja jetzt aktuell zurzeit so extrem hohe gestiegene Energiepreise haben, sodass ich denke, dass jeder Pfennig, indem man mehr in der Tasche hat, auch wirklich eine kleine Entlastung darstellen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.